Ja, diese Bewässerungsanlage, die man im Hintergrund sieht, läuft jetzt auch bei meinem Nachbar beim anderen Feld und die kann ich dann auch benutzen. Oh ja, so lange, dass es nicht geschützt ist. So lange, dass es nicht geschützt wird. Ja, liebe Küchelfreunde, jetzt ist der Bauer Hauzi an der Reihe zum Bewässern. Ich bin froh, dass da meine Hektare Agria ein bisschen Wasser bekommen. Sie haben es nötig. So, der Bauer Rechner. Rechner mir da jetzt im Moment eine Zeit von 5 Stunden und 20 Minuten. 5 Stunden und 26, ich denke, jetzt sind wir gerade am Feldende. 5 Stunden und 30 Minuten Bewässerungszeit bei 14,7 Meter Einzug pro Stunde. Ja, 5,5 Stunden. Das gibt halb neun. So, jetzt fahren wir zum Pumpen. Hier ist eine Grundwasserfassung und dieses Wasser kann ich jetzt benutzen und bewässern. Das ist eine Grundwasserfassung. Und das ist eine Grundwasserfassung. damit es im Ungewehr auf die Fläche stimmt, auf die Breite. Hier ist die Justierung. Hier ist die Justierung. Man ist hier, oder? Man ist hier, oder? Man ist hier, oder? Man будет hier, oder? Man ist hier, oder? Man ist hier, oder? Man ist hier, oder?